90 Jahre Detlefs. Ja, das ist mal ein Grund zu feiern. 2021 ist das Jubiläumsjahr und natürlich auch das Modelljahr mit vielen Neuheiten. Hier der Aero. Ich habe euch schon gezeigt, bei den Reisemobilen gibt es den Just90, auch eine Sonderedition zum Jubiläumsjahr und jetzt ein kleiner Sneak Preview. Detlefs hat natürlich auch einen Caravan neu im Programm aus Anlass der 90 Jahre und es gibt auch hier einen ganz kurzen Einblick. Ich spreche auch ein bisschen leiser, weil hier auf der Messe vor Primäre bzw. Messe Primäre ist der erste Einblick für die Presse möglich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und führe euch mal so ein bisschen rum. Hier mit einem Frontquerbett und komplett familientauglich. Große Türe mit 70 cm. Auch mit Fenster, wer es nicht gesehen hat. Gehen wir nochmal zurück. Genau. Und dann gehen wir rein und auch wieder hier. Es ist ja doch eine relativ kompakte Größe. Sehr, sehr gutes Raumgefühl. Schwenkt man mal über die Denet, die ich natürlich auch noch mal umbauen kann oder die ihr nochmal umbauen könnt. Somit kann ich jetzt hier bis zu fünf Liegeplätze machen. Man kann hier auch bequem noch zu sechs schlafen in diesem Fahrzeug. Wenn man jetzt zwei kleine Kinder noch mal zu Besuch hat oder zwei mittelgroße, dann würde das auch funktionieren. Aber ich habe da hinten natürlich noch mal die Stockbetten. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Hier schweifen wir über die Küche mit den großen Schubladen. Genau. So, ich muss mich noch leise verhalten. Alles natürlich mit Softclose. Ihr seht, funktioniert wunderbar. Tedford bewährt und im Heck zwei ausreichend große mit 80 kg belastbare Etagenbetten, die ich natürlich auch wiederum klappen kann bzw. ihr klappen könnt. Und dann auch gegebenenfalls hier hinten noch für den Transport zum Urlaubsort einiges einladen könnt. Hier auch noch mal die Zusatzpolster für den Bettumbau. Der Dinette. Ein richtig großer Kleiderschrank. Ich würde schon fast sagen, Familienkleiderschrank. Ein sehr schöner Kühlschrank. Auch ausreichend groß für die Familie. Und ein großes Bad in diesem schönen, kompakten Caravan. Hübsch gemacht. Also, das ist der Jubiläumswagen Aero 90. Serienmäßiges 90-Years-Paket. Alufelgen. Glattblech weiß. Design. Aufsatzelemente für Bogontech. Deißelabdeckung. 70 Zentimeter breite Aufbautür. Fliegen. Gittertür. Dachhaube. Mideheke beleuchtet. Warmwasserversorgung mit Therme. Küchenrückwand aus Acrylglas. Und noch diverse Design-Textilelemente. Dann schauen wir uns die Acrylwand nochmal an. Und ich bin froh, dass ich gekommen bin, dass ich jetzt schon mal sehe, was kommt auf uns zu. Und wie gesagt, demnächst bin ich dann nochmal in Isni und filmen geht die nochmal ausgiebig ab mit dem Öffnen der jeweiligen Klappen. Und vorab mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und euer Schaufenster ist auch für 2021 weiter geöffnet. Der Camper Tobi freut sich, wenn ihr zahlreich reinschaut und einen kleinen Überblick geben, was gibt es so am Campingsektor. Und hier haben wir nochmal die zwei Neuheiten mit den verschiedenen Grundrissen, die natürlich alle dann verfügbar sind. Hier sehen wir den 90 Aero und den Bedouin Scandinavia. Und dann gibt es natürlich noch die Videos von diesem schönen vollintegrierten Esprit in der Ausstattungslinie GT. Und dann nochmal den Star der ganzen Geschichte, wobei natürlich alles da sind, ganz klar. Das ist dann hier der Just 90. Ich wünsche euch was. Bleibt es kund, kämmt es weiter. Aber wer einmal gekämmt hat, wird schwer von diesem wunderschönen, ja, Hobby, von dieser wunderschönen Freizeitbeschäftigung, von dieser wunderschönen Urlaubsform wieder loskommen. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Tschüss, der Camp Tobi von Detlefs aus Isni.